Servus meine lieben Freunde, euer Mr. Lone hier. Wie ihr eventuell mitbekommen habt, gab es heute ein Update, heute Morgen. Das schauen wir uns mal kurz an, und zwar drücken wir hier auf den Mitteilungsbutton. So, ja, also, erstmal sehen wir hier ganz oben, ganz groß, Ultradimensionsbeschwörung, Teil 8, ja. Das heißt, wir haben heute einen neuen Banner gekriegt, mit drei neuen Charakteren. Fünf neue, glaub ich sogar, ja, fünf neue sogar. So, seitens von Gohan, 20 Erwachsene, Mai, Sparking natürlich, Extreme Cyborg Nummer 17, und Cyborg Nummer 18. Natürlich sind nur die Sparkings für mich interessant, den Rest hätte ich gerne auch, aber die sind mir jetzt nicht so wichtig. So, dann gibt es noch einen limitierten Ausverkauf im Shop, das heißt, für 45 Euro kriegt ihr statt 2000 3000 Kristalle. Will es sich auf jeden Fall lohnen. Das neue Starterpaket ist dabei, für 28 Euro kriegt man 1100 Kristalle plus diesen Trunks als Charakter. Dann gibt es noch jeden Tag einen Login-Bonus, gibt es ein Ticket, als Goldkampf gibt es den Trunks. Und, äh, ja, auch im Super-Dimensions-Duell kann man die Abenteuerkarten sammeln, um den sein, um den sein, äh, Z-Kraft zu kriegen. So, Events-Barking garantiert, wie erwähnt, Spiel-Update, ja, ich glaube, Story geht weiter, falls ich mich nicht irre. Ja, genau, hier sieht man es, Teil 2, Kapitel 8 wurde hinzugefügt. Ähm, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, glaube ich. Wartungs-Ende, ja, warum, 8 Uhr vorbei, also gut. Ja gut, jetzt haben wir genug geredet und jetzt würde ich zum Eingemachte gehen. Und zwar, gehen wir hier auf Beschwörung. Da, wie ihr sehen könnt, werde ich hier beschwören. Ach ja, das zeige ich euch auch noch kurz. Und zwar habe ich hier schon heute Morgen 6000 Kristall verschwendet. Ne, ja doch, die 6000 Kristall verschwendet. Weil ich, ähm, keine Geduld mehr hatte, ich bin ja nicht. Und habe da ein paar schöne neue Sachen gezogen. Und zwar, da. Ja, so ein Gorn hätten wir schon mal. Richtig geil. Und Mai haben wir gezogen. Die mit ihrem Shotgun, hä? Was macht die? Hallo, ja genau, Baller. Äh, okay, jetzt, ah, okay. Naja. Und, wir haben noch einen neuen Charakter bekommen. Und zwar, Extreme. Extreme, äh. Kleinen Moment. Da ist sie ja. Ah, unsere sexy C18. Ja, die Werte sind gar nicht schlecht für den Extreme auf jeden Fall. Ja, okay. Genau, die haben wir auch noch bekommen. Eigentlich, im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Fast immer Sparkings dabei gewesen. Ich hoffe, es geht genauso weiter. Ich weiß nicht, ob wir alles vertreten, ob wir nur 5.000, 6.000, wir werden es einfach spontan entscheiden. Ich hoffe nur, dass wir Glück haben. Dann würde ich sagen, wir legen los, Leute. Drückt mir die Daumen. Und vergiss nicht zu abonnieren und, ja. Like-Button zu drücken und das Video weiterhin zu teilen. Viel Spaß dann jetzt. Es geht los. Die Aufregung ist wieder da. 16.000 Kristalle. Das ist einiges. Heute hatte ich noch 22.000. Los geht's. Long Road? Nein. Ja, uns fehlt noch Trunks. Natürlich. Und C17 Extreme. Das ist wirklich all you've got. Das ist eine Frau. Nein, eine Frau ist nicht einfach. Nein. es ist schien ok ne ist doch gut na ist super hat jetzt 3 Sterne ja das geht ja gerne so da fahrt sie sie glaubt 17% und jetzt 18% ist ok also es hat gut angefangen genau so weiter kein download schade ja ich will diesen Trunks auch haben aber ich weiß nicht hat er hat ihn gegeben es könnte auch Gotenk sein der kleine Gohan der wo schon uralt ist der neue Gohan im Mai ja klar wenn wir haben kommt irgendwie ziemlich häufig nicht nur bei mir ich hab mal ja Video ist alle gehorcht aber ich weiß nicht dass den jeder so oft zieht aber naja Martin ist fertig dann war ich hier oder? wir haben Schuh come on show me your nice gut 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 genau die wir schon hier haben nice so dann probieren wir es wieder 14 Multis haben wir noch weiter wie gesagt ich weiß nicht wie viele wir machen ähm ja ok dass wir hier haben Ja ich hab ich hab ich hab Was eigentlich auch nicht so schlecht ist, ne? Also, ja, genug ist den Meldungen jetzt. 13 Minuten ist noch, jetzt haben wir 3 gemacht, 2 Sparkings, bisher läuft's gut. Ja, wieder kein Download, schade. 10 Minuten. Alles, was das Gerneher gibt? Gerneher? Hab ich weitergegeben? Alles, was du? Alles, was du? Aus diesem Jahr in der 2? Frau in der 2? Oder was der 1? Ich sehe ihn nicht mehr, ich sehe ihn nicht mehr, ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt steht es 2 zu 2, ne, ja. Also gut, dann bist du mal kaputt mit dem Sparking, würde ich sagen. Wieder kein Download. Der Trunks, der will nicht. Oh Gott, also du willst du spielen, du denkst. Du willst du schon kauf sein, du willst du spielen nicht. Ich bin schon, okay. All right, time to get, all right, time to get serious. Come on, show me your strength. Violin is quick for you. Allow me. I won't let you have your way. I'm going to drain you. I'll show you the. Pflanzenland. Cyborg Musik, leider nix. So, wir verlieren uns nochmal, jetzt mal wieder Zeit. Wieder kein Trunks oder C-17. Okay, okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Min ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin ein'm dophl. Nein, leider nicht. Aber ich hatte keinen 5-Parts, Leute. 5-Parts wäre eigentlich schlimm, oder? Oh je. Manchmal noch die Spiele. Gut, dann machen wir schon einen Einzelnen. Vielleicht haben wir da mehr Glück? Nein, leider nicht. Du kannst mich da nicht. Ich habe den 4-Parts gedrückt und es habe die Spiele ready. Du kannst nicht die Spiele aber... Okay. Dann noch ein paar Spiele. Leider nicht. Ne. Jetzt gehen wir wieder. Komm, wie was du willst, Leute. 6 Sterne. Ne, ich weiß nicht, dass wir die Flüge haben. Wir sind nicht nur los. Nein, wir haben. Wir haben nicht nur die Flüge zu machen. Wir haben nicht mehr die Flüge zu machen. Ja! Drei Sterne! Geil! Ja doch, ist gut. Wir haben hier noch zwei Sterne, Leute. Richtig gut. Ein Kaffee, so kann ich mal mit vielen Sterne. Geil. Ja, viele Sterne. Nice. Der ist brutaler Typ. Ich würde ihn nicht mehr so unterschätzen wie damals. Also die Hälfte haben wir jetzt. Wir machen weiter. Ich glaube den Trunks werden wir nicht ziehen. Und Part. Ja, das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Ja, das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Die Hälfte werden. Das ist ein Kaffee. Hier komme ich! Okay. Pull your own weight! Can't lose this! Da war das nicht. Probierst du mal ein bisschen wieder? I'm gonna take you down! Da ist die. Ich kann nicht die. Ich kann nicht die. Ich kann nicht die. Oh, das ist nicht mal. Ne, keine Chance. Ich habe keine Chance. Ne. Wir kriegen nichts mehr. Ich glaube der Banner ist nicht. Fertig. Komm schon. Ja. Aber ich glaube das ist C17 eher. Ja. Ja. Er hat ihn aber gegeben. Ja. 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 So. Und sieben Sterne. Krass. vielleicht haben wir ja Glück, weißt du nicht, also nein, also können wir aber auch den Brot-Innen nicht so gut, ich bin aber ein bisschen okay, ich bin da, ich bin da, ich bin der um, muss ich um, muss ich um, muss ich um, muss ich , um, muss ich , um, muss ich , um, muss ich , um, muss ich Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einen Buhren. Ich habe einen Buhren. Was? Ich habe einen Buhren. Ich habe einen Buhren. Ich werde das machen. Aha. Ich habe einen Buhren, oder? Was hast du für? Ja, du hast ihn. Boat hängt. Ah ja. Okay. Ja, geht beim nächsten Anruf. Okay. Wo gibt es noch mehr? Also, Trunks kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr. Und, oh, was soll man noch tun? Oh, sie ist ein Faddle. I'm not through yet. Ha. Super Elite, coming to the... How do you live with yourself? Got your back! Come on! Show me your... I'll try to depart. Behold. So we could be done alone if I see you. Okay. Okay. Neuer. Oh, baby! Geil! Ja, das war doch gut jetzt. Maschine. 4 Sterne und 4 Sterne beide. Perfekt. So ist recht. Jawohl. Ja, sehr schön. Kein Download. Also, den Trunks kriegen wir auf jeden Fall nicht. Also, den Trunks kriegen wir auf jeden Fall nicht. Du und ich. Let's go! So ist das. 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 Na genau? Na genau? Na genau? Na genau! Ich habe diese Geräte gefallen. So? Na klar! Ich habe einen Peck, die! Na genau! Na genau! Na genau! We can handle this Well, what are you waiting for? Pull your own weight Okay Einen haben wir noch, machen wir, oder? Komm Ha! Letzte haben wir ihn doch noch bekommen Mit dem letzten Multi Und noch mal wieder Englisch Was? Father Let's go Maschine Ist das wirklich alles, was du hast? Ha! Super Elite Coming to the rescue Die Pflanzen, Mann Pull your own weight Napper All right Time to get some I'm not through yet Ja, gar nicht richtig Here goes Yeah, let's goooon Geil Noch einmal Mai Baby Geil Fünf Sterne Mai Neh Nehme ich mit auf jeden Fall Nice Und jetzt versteckt es ja noch weibliche Kämpfe Ich verstehe Geiler Scheiß Cool Okay Ja gut Das war's dann Leute, sollen wir noch den einen machen? Naja Haben wir keine Kristalle mehr, aber Pfff Wait, probieren wir es Vielleicht kommt wieder ein Sparking Hero Oh Jaja, klar Okay Gut Okay So Leute Das war's dann Das haben wir jetzt gezogen Schauen wir uns mal an Charaktere So, jetzt haben wir wieder alles Wir haben ihn ja noch gezogen Richtig gut Zwei Sterne Vier Sterne Ein Stern Zwei Sterne Und Fünf Sterne Ist okay Wir haben ja noch Son Gohan glaube ich Und Cortex auch noch gezogen Also passt das eigentlich alles Ja, soweit Leute, ich verabschiede mich hiermit Das hat mir echt wieder Spaß gemacht Wünsche euch weiterhin viel Spaß Haut rein Abonniert meinen Kanal Und Like Button Nicht vergessen zu Betätigen Und Teilt meine Videos Damit die noch bekannter werden Dann können wir auch in Zukunft Gewinnspieler machen Etc Dann wünsche ich euch noch viel Spaß Haut rein Ciao und Tschüss